Das Festungsgespenst von Graudenz Aus den westpreußischen Volkssagen Nummer 5 herausgegeben von Rudolf Knopf im Jahre 1891 Das Festungsgespenst von Graudenz Auf des rechten Weichselufers hoher Kante liegt die alte, ehrwürdige Festung Graudenz. Hier hat der alte Fritz viele Millionen Taler vergraben. Ein Stein mit der Entschrift 6. Juni 1776 bezeichnet noch heute die Stelle, auf welcher der große König mit dem Krückstock aufstoßend entschied. Hier muss die Festung gebaut werden. Ungezählte rastlose Hände waren 28 Jahre tätig, um das Königswort in Erfüllung zu bringen. Und wie hat sich dieses neue Werk bewährt? Wer die Festung Graudenz kennt, der weiß auch von ihrer ruhmreichen Verteidigung zu erzählen. Als die Franzosen diesen Millionenschatz heben wollten, fanden sie den kräftigen Widerstand und wurden mit blutigen Köpfen heimgeschickt. Die stolze Jungfrau Graudenz ergab sich der korsischen Minne nicht, so viel ihr auch mit Bollkugeln und mit Bomben zugeredet wurde. Hätte jede preußische Festung dieselbe Schuldigkeit getan, unsägliches Elend wäre unserem Vaterland erspart geblieben. Doch was hilft's, mit der Vergangenheit zu rechnen? Wieder kam eine Franzosenzeit. Diesmal waren die Franzosen drin, aber als Gefangene. Sie benahmen sich als unfreiwillige Gäste sehr nobel. Selbst die Zuhaven und Turkos flossen von französischer Höflichkeit über. Warum? Ein starker Daumen saß ihnen über dem rechten Auge. Diese Fremdlinge nun etwas näher kennenzulernen, war für die Graudenz ja wohl sehr verzeihlich. Wohl war diese Kenntnisnahme immerhin mit Umständen verknüpft. Und wer keine Befürwortung erlangen konnte, dem blieben die Söhne der Sahara ebenso fern, als wenn sie im heißen Afrika herumreisten. Sehr geschickte Spitzbuben gab's doch unter ihnen, und mancher Besucher wusste ein Lied davon zu singen. Dank der Militärbehörde wurde der Besuch dieser exotischen Gäste sehr eingeschränkt. Auf einer Besuchsreise war's, als ich mich auf dem Heimweg der Begleitung des Kasernobersten Rattenkönigs kurzweg, Vorsteher des Arrestlokals, erfreute. Er begleitete mich bis an das damals nachts noch verschlossene Obertor, und nachdem ein wachhabender Soldat mir die Pforte geöffnet hatte, verabschiedete er sich von mir mit der freundlichen Warnung, Na, nehmen Sie sich in Acht vor dem Festungshunde und vor dem tollen Leutnant. Die Tortür rasselte ins Schloss, und ich stand um mit der Nachtmutterseelen allein draußen. Zwanzig Grad Kälte machten flinke Beine, und ohne weiteres Abenteuer erreichte ich meine Wohnung. Der Festungshund und der tolle Leutnant aber blieben in meinem Gedächtnis. Und als ich das nächste Mal wieder Gelegenheit hatte, meinen alten Freund zu sprechen, bat ich ihn um Aufklärung. Trotzdem er so ziemlich seine 40 Jahre auf der Festung zugebracht hatte, Soldat war und manches verzogene Mutterkind mit dem herzlichsten Willkommen, Na, schon wieder sah mein Sohn, hinter Schloss und Riegel gelegt hatte, empfand er eine gewisse Scheu, mit der Erzählung herauszurücken. Das war nun freilich nicht wunderbar. Zur Schriftstellerei hatte er durchaus keine Neigung, und außer seinem Namen schrieb er wenig mehr. Ja, er hätte es bei seiner 25-jährigen aktiven Dienstzeit sogar bis zur Kompaniemutter bringen können, wenn er etwas mehr mit Tinte und Feder bekannt gewesen wäre. So aber brachte er es nur bis zum guten Philipp, war mit seinem bescheidenen Lose sehr zufrieden, und wurde von den Soldaten der ganzen Garnisonen gefürchtet und geliebt. Jeden Pflegebefohlenen sprach er mit dem vertraulichen Du an, und wehe dem, der sich dagegen sträubte. Der bekam nicht nur das finsterste Loch, sondern konnte auch gewiss sein, dass Knapphands für den Herrn außer Wasser und Brot nichts Reelles hatte. Und wie schwer es ist, hinter den Brettern auch nur drei Tage im Mittel bei der Urkost abzubrummen, weiß jeder, der dahinter gesteckt hat. Wie ein rettender Engel erscheint Knapphands mit einem Stückchen Knoblauchwurst und einem ermunternden Schnaps. Man weiß ihm nicht nur tausend Dank, sondern bezahlt es auch zehnfach wieder. Wer weiß, ob man nicht die Bekanntschaft bald wieder erneuert, sehr schwer hält es beim Militär gerade nicht. Essen und Trinken konnte mein guter Philipp mindestens verzweilen, und seine Sprachorgane bewegten sich dann erst, wenn sie ordentlich geschmiert waren. Dann erzählte er von seinen Kriegstaten, gab Soldatenstückchen zum Besten, aber vom Festungshund und vom tollen Leutnant bewahre. Und doch brachte ich ihn einmal dazu. Bei irgendeiner Geburtstagsfeier war er Gast. Seine jüngeren Kameraden hatten den Alten bald in die weichherzigste Stimmung gebracht, und andächtig lauschten sie zum so und sovielten Male seinen Kriegserlebnissen. Allgemein aber war verabredet worden, ihn diesmal zur Erzählung vom Festungshund und vom tollen Leutnant zu bringen. Als nun der gewohnte Schatz seiner Erinnerung beendet war, warf ich die Frage auf, was es denn eigentlich mit seiner Warnung vor dem Festungshund und dem tollen Leutnant für eine Bewandtnis habe? Die allgemeine Unterstützung, die mein Verlangen fand, bewogen ihn dann endlich, Folgendes zu erzählen, nachdem er sein Glas geleert hatte. Es war in der schlimmen Franzosenzeit, als der Marschall Victor vor der Festung lagerte und alle möglichen Listen und Kniffe anwandte, um den alten Schnauzbart, den Corbier, zur Übergabe derselben zu bewegen. Doch vergebens! Nun dienten unter den Soldaten viele Polen aus dem Königreich. So umsichtig und sicher auch die Festung verschlossen war, war es dem französischen Marschall doch möglich gewesen, polnisch geschriebene Proklamationen hineinzuschmuggeln, die im Geheimen von den Schriftkundigen unter den Landsleuten verbreitet und besprochen wurden. Die Schriftstücke enthielten nichts anderes als die Aufforderung zur Meuterei und Dissertation. Es gäbe sein Königreich Preußen mehr und der Heiland Napoleon sei extra erschienen, um das große, edle polnische Volk zu befreien, ihren zerbrochenen Königstuhl wieder zu leimen und dem neuen Könige den Lorbeerkranz auf das Haupt zu drücken. So verlogen die Geschichte an und für sich wahr. Sie fand unter den polnischen Soldaten Gläubige genug, die ihren dem König geschworenen Eid vergaßen und gelegentlich mit Sack und Pack zum Feinde überliefen. Hoffte doch jeder unter dem neuen Stern mindestens Staros zu werden. Der Garnisonsdienst war sauer genug, die Verpflegung knapp und die Behandlung streng. Bei den Freiheitsaposteln ließ sich viel lustiger leben, also Ade-Festung. Es lebe Frankreich, es lebe der Kaiser. Was half alle Wachsamkeit des Kommandanten und seinen Offizieren? Was half, dass den polnischen Soldaten alle Tage bei der Parole die Kriegsartikel vorgelesen wurden? Was half endlich, wenn einmal ein ergriffener Ausreißer nach den damaligen strengen Kriegsgesetzen bestraft wurde? Hier konnte der französischen List gegenüber nur eine preußische helfen. Die polnischen Soldaten unter preußischen Fahnen fürchteten weder Batterien noch Bayonette, wohl aber Gespenster. Als man sich nun in der Kommandantur der Deserteure wegen keinen Rat wusste, da erbot sich Leutnant von Tollwitz, ein nicht mehr junger, jedoch schneidiger und zu losen Streichen gern aufgelegter Herr, dem Unwesen zu steuern. Er wollte allnächtlich die Posten revidieren, man solle ihm nur freien Willen lassen, denn dass man die polnischen Deserteure gleich in roten Hosen stecke und sie als Kanonenfutter betrachte, wie es den Soldaten täglich erzählt wurde, zog lange nicht mehr. Sie konnten nur noch durch die Angst und den Schreck an ihre Pflicht gemahnt werden. Versuchsweise wurde von Tollwitz die Genehmigung erteilt. Ignaz Schreck stand draußen am Pulverschuppen Posten. Er gedachte seiner fernen Liebsten bei Block und betrachtete nebenbei mit astronomischer Kennermine die Sternschnuppen. Schon lange sehnte er sich nach seiner Heimat. Was hielt ihn nie zurück? Er durfte die Weichseln nur stromaufwärts verfolgen und gelangte sicher zu den Seinigen. Dort drüben bei Tusch und Katsch brannten die französischen Biwakfeuer. Wäre er erst dort, dann wäre er geborgen und kein Hahn krähte nach ihm. Mitternacht ist günstig, also schnelle Sohlen und vorwärts. So dachte der gute Ignaz und wollte sich zum Geschwindlaufen etwas präparieren. Tornist der Mantel und Gewehr überließ er dem getreuen Schilderhaus und diesem selbst die Bewachung des Pulverschuppens. Aber in dieser Beschäftigung wurde er gestört. Eine kalte Schnauze berührte seine Hand und beschnoberte sie. Es ist der Festungshund, es ist der Festungshund, der stete Begleiter seines Herrn, des Leutnants von Tollwitz, der täglich jede Menage und alle Kasematten nach Knochen und Speiseüberresten absuchte und daher zu diesem Namen gekommen war. Ignaz wird totenbleich, er weiß. Wo der Hund ist, da ist nicht weit davon sein Herr. Schnell schultert er Gewehr und setzt sich in den gewöhnlichen Postenschritt. Aber vom Leutnant ist nichts zu sehen. Aber was ist das? Ist es ein Fuhrwerk? Ein Berg? Die Dunkelheit lässt schwer erkennen. Es kommt immer näher auf den Posten. Rauscht, knistert. Als ob es Erbsenstroh wäre. Aber wie kann sich das unheimliche Ding bewegen? Es ist da kein Wind und doch kommt's immer näher. Immer schneller näher und gerade von der Stadtseite. Der Posten erinnert sich endlich seiner Pflicht und schreit schon halb vor Angst. Halt! Wer da? Zweimal. Dreimal. Weder Antwort noch laut entschlüpft dem immer näher kommenden unheimlichen Dinge. Da kracht der Schuss. Die Angst, die Finsternis geben der Kraft ein ganz anderes Ziel. Denn der Erbsenstrohbund steht nicht, sondern bewegt sich nur noch etwas schneller. Da hält's uns sein Ignaz auf den Posten nicht mehr. Er wirft das Gewehr fort und läuft, dass ihm die Sohlen brennen, der nächsten Rettungsstation, der Obertorwache zu. Lieber sechs Wochen strengen Arrest, als mit solchem unheimlichen Ding kämpfen. Ja, da wär's noch ein Mensch. Den fürchtet Ignaz nicht. Aber ein Geist? Und was konnte es anderes sein? Da hilft ja weder Kugel noch Bayonett. Es entsteht nicht mal ein Loch und wer weiß, ob der Geist die Kugel mit der Hand nicht auffängt und auf den Schützen zurückschleudert. Der trifft unfehlbar. Auf der Wache wird Ignaz eingespundet und ein anderer Posten mit Patrouillenbegleitung hinausgeschickt. Die Patrouille kommt zurück und meldet, dass auf dem verlassenen Posten weder Hunden noch Erbsenstroh zu finden sei. Armer Ignaz. Kaschumilinski, sein Landsmann, auf Posten draußen vor dem Hornwerk, kommt schreckensbleich in die Wachstube gestürzt und versichert, ihm habe eben der Teufel auf Posten eine Visite abgestattet. Zehn Wochen strenger Arrest seien ihm lieber, als noch zwei Stunden draußen Posten stehen. Vom Wassertor kommt die Patrouille mit der Meldung, um Mitternacht habe jemand an die Pforte geklopft und man habe geöffnet, aber kein Mensch, sondern nur ein Hund. Der altbekannte Festungshund sei vor dem Tore gewesen. Der Hund habe sich sehr ungebärdig gezeigt und deshalb habe man sich verpflichtet gehalten, selbigen Arrestanten auf der Wache abzuliefern. Der Hund kommt ins Prison. Auf der Niedertorwache geht es in dieser Nacht ähnlich. Von den beiden Pulverschuppen sind die Posten fortgelaufen und während der eine schwört, ein riesengroßes Gespenst habe ihm den Hals umdrehen wollen, versichert der andere auf seine Seligkeit, ein mit Ketten beladener Teufelsgeist sei in Begleitung des Höllenhundes auf ihn zugekommen und habe ihn überreden wollen, seinen Posten zu verlassen. Weder Schuss noch Stich versicherten beide, habe gegen die Ungetüme genutzt und sie wollten sich lieber tot schießen lassen, als nochmals um mit der Nacht da draußen Posten stehen. Was aber war inzwischen mit dem Hund geschehen? Ein unheimliches Brummen machte die Wachhabenden stutzig und nach dem eben vernommenen Geistergeschichten etwas ängstlich und gruselig. Man sieht nach und oh Himmel, das ist ja kein Hund, das ist ja ein Bär und was für einer. Fletschend zeigt er die Zähne. Schnapp wird die Tür zugehauen, damit die Bestie keinen Unheil einrichten kann. Schnell wird ein Bote zur Kommandatur geschickt und um Auskunft gebeten, wie mit selbigen Malefikanten zu verfahren habe. Dort ist man noch wach, es sind schon verschiedene Meldungen eingegangen. Über die ernsten, wetterbraunen Züge des alten Generals zockt ein halb ärgerliches, halb wohlendes Lächeln. Kennt er doch den Urheber all dieser Streiche ganz genau. Aber vielleicht hilft die Kur. Er begibt sich also persönlich zur Obertorwache, um mit dem Bären etwas anzubinden, aber kaum ist der Posten seiner ansichtig geworden, als er auch schon mit der größten Kraft seiner beiden Lungenflügel schreit Raus! Erschreckt und erfreut, stürzt die Mannschaft ins Gewehr. Der persönliche Schutz des Kommandanten war doch viel sicherer, als die zweifelhafte Nachbarschaft des Zauberhundes nunmehrigen Bären. Als der Kommandant sich nun den Bärenzwinger öffnen lässt, um das seltene Jagdvieh in Augen schein zu nehmen, da ist der Zwinger leer. Die Wachmannschaft, die in respektvolle Entfernung gern die Bezauberungsformel gehört hätte, ist erstarrt. Hatten sie den Bären doch selbst mit ihren eigenen lebendigen Augen gesehen? Hatten sie doch selbst das Gefängnis zugedrückt und verschlossen? Wo in aller Welt war das viel bloß hingekommen? Das ging doch nicht mit rechten Dingen zu. Ein Festungskommandant darf im Gegenwart seiner Soldaten nicht lachen. Hier hielt es schwer. Mit gut gemeinten, ermunterndenden Worten verabschiedete er sich von der Mannschaft und versprach, den bösen Geist zu bannen. Am nächsten Morgen und den Tag über wusste man auf der Festung von nichts anderem, als von den Vorfällen der Verflossenen nachzusprechen. So viel stand fest. In der Festung war man seines Lebens sicher. Außerhalb, zumal bei Nachtzeit, wäre es gefährlich. Die Desertationen hörten aber auf, lieber einen ehrlichen Soldatentod, als das einem der Teufel das Genick umdreht. Hans, der muntero Koch des Kommandanten, hatte ein zartes Verhältnis mit Johanna, der Köchin des Bürgermeisters von Graudenz. Beide waren übereingekommen, dass, wenn die Umstände es gestatten, sie ihre Kunst vereinen und nur noch für Pfanne und Tiegel leben wollten. Die böse Belagerung verhinderte das öftere Wiedersehen und doch versuchte Hans, ohne Wissen seines Herrn und Gebieters, seinem Herzens Drange zu folgen. Aus dem ganzen Spuk machte er sich nichts, hatte er doch hinter der Tür gelauscht, wie bei Tische der Herr Kommandant seinen Tischgenossen die famose Verwandlungsgeschichte des Festungshundes zum Besten gegeben hatte. Kannte er den Hund denn nicht und der Hund ihn? Alltäglich kam ja der Hund in die Küche der Kommandantur und holte seinen Zins. Ließ er sich nicht von Hansen nicht alles gefallen, wenn es nur was zu fressen gab? Ja. Sie waren sogar gute Freunde und nächst dem Herrn durfte Hans sich rühmen, dass der Köter ihm allein gehorche. Sehr oft schritt dann auch Hans in Begleitung seines vierweinigen Freundes den Festungsberg hinab, um etwaige frische Vorräte für seines Herrn Tisch aufzutreiben. Das war des Hundes Verhängnis. In einer Nacht, als er den Koch, seinen Freund, wieder zum Städtlein begleitet hatte, dauerte ihm dessen Unterhaltung etwas zu lange. Er stattete kurz vor dem Erlässener Tor einem Fleischer den so wohnten Besuch ab. Da kein Verkäufer zugegen war, nahm er, was ihm am besten mundete, vom Verkaufstisch und wollte sich vergnüglich hinter das Tor damit schleichen. Doch der Dieb war entdeckt worden und ein wohlgezielter Beilhieb machte seinem Heldenleben ein Ende. Den Kadaver warf man in den Stadtgraben. Hinter der nötischen Druckerei liegt der Hund begraben. Auch sein Heer ist gestorben, aber beide leben noch im Volksmunde. Und wer es nachts von der Festung kommt und in der Nähe des Denkmals um Mitternacht ein Geist in Begleitung eines mit heller großen feurigen Augen versehenen Hundes gewahr wird, kann versichert sein, dass ihm der Festungshund und sein Herr, der tolle Leutnant begegnet seien. Auch noch heute, wenn es draußen recht stürmisch und schaurig ist, residiert der wahre Soldat als furchtbarer Geist in Begleitung seines Hundes, der oft als Schimmel erscheint, die hasenfüßigen Posten. So schloss mein Gewehrsmann, zum Dank drückte ihm die Hand. Als sie dann in später Nachtstunde allein den Heimweg antrat, kam ihr an bewusster Stelle ein großer Hund ergegen. Er hatte zwar keinen feurigen Augen, aber ob es vielleicht der Festungshund war. Das war es mit dem ersten Hörbuch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr Anregungen oder Fragen oder Vorschläge für neue Hörbücher, schreibt es in die Kommentare. Unten unter dem Video findet ihr noch einen Link, wo ihr uns unterstützen könnt mit einem Kaffee oder einem Bier. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss, Helge. Tschüss. 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 Tschüss.